ja hallo leute und willkommen zurück zu einem weiteren let's play mycraft im zwergenreich ja draußen regnet es hier regnet es ich dachte mir bevor wir jetzt hier im regen weiter stehen und krank werden buddeln wir uns diesmal wieder mal ein bisschen weiter in unseren berg habe ich ja gesagt wir machen dass jede folge immer mal so ein bisschen weiter dass wir auch in die tiefe kommen wo ich hin wollte so haben wir uns erstmal wieder so weit wie wir eine hackspitze lang kommen ja was gibt es neues es gibt auch nicht nichts neues ich habe jetzt gerade ein paar folgen am stück auf ihr seht das habe immer noch das gleiche weiße t shirt an mir ist aufgefallen ich habe bisher in jedem let's play ein weißes t shirt an aber das ist immer ein anderes okay jetzt nicht weil ich nacheinander die let's play folgen aufnehmen cola aber ansonsten ich habe viele weiße t shirts so aber wir müssen noch weiter okay so und dann werden wir sagen jede folge haben uns aber es knallt immer noch weil silvester ist die leute sind schon am knallen ohne ende wie gesagt wir nehmen und jedes mal durch vielleicht wenn wir eine folge aufnehmen nehmen wir uns mal so 45 minuten und rahmen uns mal ein stückchen weiter rein oder vielleicht mache ich auch einfach mal eine speed folge raus das könnten wir natürlich auch machen das könnt ihr mir mal in den kommentar schreiben ob ich eine speed folge machen soll aber als speed folge meine ich halt nicht wo ich jetzt irgendwas baue sondern nur ruhig wir machen ein zwei folgen vorher machen wir so eine farm folge wo wir einen haufen spitzhacken erfahren können also was heißt farm eisenerz ihr wisst es kann ich nichts mehr aufnehmen ist gut das kann weg das kann weg das kann weg jetzt bin ich schon voll ich bin auch ein held danach das lassen wir es mal stehen so dass wir dass ich eine farben folge mache wo ich eisenerz farme und dann werden wir 10 12 spitzhacken bauen dass wir uns mal je als man richtig weiten weg rein bauen so wie ich das vorhabe das könnt ihr mir mal in der kommentare schreiben was ihr davon haltet das würde mich echt freuen so ansonsten wo ich sagen behalten was bei wenn man doch hier mal bauen dass wir immer mal so fünf minuten vielleicht hier was abbauen oder einmal dafür lange das könnt ihr mir eine kommentare schreiben das würde mich mal interessieren aber die kommentare kommen ja eher später weil ich jetzt gerade ein bisschen vorderrein aufnehmen oder ihr sagt macht das mit den tnt das ist halt dann ein kleines bisschen geschietet aber welche mir so eine kleine geschichte zu aussuchen ausdenken wie wir es mit den tnt machen wir da rankommen und dafür werden wir alle sprengen so und jetzt habe ich da nur noch eine zwei spitzhacken haben wir noch dann werden wir bald doch die farm folge machen weil so viel spitzhacken habe ich dann nicht mehr sagt so und jetzt erstmal nach oben alles und haben wir uns glaube ich 45 steine reingearbeitet im berg die höhe passt auch aber für euch ist das ein langweilig wenn man immer das gleiche machen aber ich möchte ihn ja in survival also ich survival modus wir haben jetzt keine monster an das ist jetzt nicht so ein richtig schwerer survival modus aber ich möchte das alles per hand bauen weil ein kreativ modus ich habe es auch gebaut auch so mit den rohstoffen die ich mir noch erfahren muss und will hier müssen wir noch rum es wird gigantisch was ich so vor aber ich muss sagen wenn ich so im kreativ modus rumfliege über den kopf so mir wird echt schlecht mir ist doch bei keinem spiel schlecht geworden doch auch bei resident evil da ist mir schon teilweise ein bisschen mummerig geworden aber hier das beim bauen keine ahnung da hatte ich dann voll die kopfschmerzen weil sie ganz so gedreht habe auch wie jetzt gerade über den kopf gearbeitet so und dann machen wir noch mal das hier weg jawohl dann haben wir das gute stück schon gleich geschafft dann können wir mal gleich die kohle noch abbauen dann bin ich am überlegen wollen wir dann das als nächstes mal machen das könnte man nicht auch machen dann müssen wir mal gucken was es für treppen gibt dass wir schon mal unseren wehrgang vielleicht treppen bestücken und dann würde ich noch sagen dann bauen wir auch noch mal eine leiter erst mal dass dieser stein erde vorsprung da weg kommt sagt regnet es noch ist dunkel dann können wir auch gleich noch mal schlafen das ist sehr schön da kommen noch diese paar hier auch weg so dann haben wir das ok und ich habe wieder kein platz was schmeißen wir dann weg stöcker ja weg aber die steine noch mal mit voll die kümmer dahin tun der kies kann weg was kann denn noch weg ihr die schneebälle können weg die blume kann weg aber die eine brauchen war dann immer noch das hier schnell mit aber die kohle brauchen wir auch so machen wir das hier mal zu so das lassen wir auch noch offen so dann können wir mal habe ich noch eine schaufel ja die habe ich auch noch machen wir das gleich schon mal hier weg das stört mich sowieso so haben wir gleich eine leiter die stimme uns erst mal hier ran nur sowieso gedanken machen nach jahr später kommt man ja hier rüber hoch da dann müssen wir uns auch noch mal gedanken machen so jetzt können wir erst mal weg laufen dann gehen wir erst mal schlafen unser hell erleuchteten weg so tag und tag schlafen können wir nicht gleich so erst mal äh 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 so nimm das doch komm her hier zack er da rein du kommst da rein du kommst da hin holz behalten wir erst mal erde können wir auch eins behalten so jetzt jetzt brauchen wir stufen die waren ja noch mal stufen er stufen eine treppe wie war denn hier oder ich mal jede menge treppen die brauchen wir sehr schön das müsste erstmal treppen reichen so holz haben wir hier das tun wir hier mal her die kohle können wir erstmal aufteilen zack 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 15 hier hin können gleich 10 rein da kann satisf du dass wir sein so einfach mal die kohle aufgeteilt zack 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 da kriegen wir jede menge steine wieder raus so die baume erstmal durch hier zusammen das können wir schließen steine 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 aber noch mal stein hab immer das mal zack 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 und da können wir auch nichts mehr machen so erde brauchen auch nicht mehr so viel holz kann auch noch da so helle wolle die tun auch mal hierhin das kann auch weg noch mal erde kann weg so das kann auch weg so jetzt überlegen wir mal kurz ja wie hatte ich denn das gebaut ich glaube so holzfalltür die stufen die möchte ich gern 30 das wird nicht ganz reichen 60 stufen das müsste eigentlich hinkommen so und haben wir das ich wollte hätten wir eigentlich auch das brauchen können das hat man nicht brauchen was ist das denn ein kuchen so ok dann bauen wir jetzt den ja da brauchen wir auch ein paar steine da kurz hier ein bisschen sortieren gut ist nicht mehr viel drin da haben wir mal ganz steck rein hier haben wir mal einen ganzen steck ein da 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 können wir auch ein steck reinhauen hier auch das unterschiedliche ein auch nochmal ein steck hier nochmal ein steck da ein bisschen aufgeräumt so und das reicht erstmal so jetzt laufen wir mal zu unserem äh zack das schließen das nehmen wir auch da so dann wollen wir mal so tack 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 guten tag ach Mist jetzt haben wir die falschen gebaut mal hier passt schon so einmal hoch zack zack sehr schön sehr schön aber wir hätten hier noch bauen müssen das machen wir gleich so jetzt wollte ich erst mal ok gut die kriegen wir wieder gucken wir mal das ist nicht gut das ist nicht gut komm her hier wenn wir die jetzt was habe ich denn jetzt keine treppe so wir müssen das schon diese höhe machen zack genau machen wir es halt mal hier auf diese höhe das würde ich nicht schön finden wir machen das 1 höher ruhig ist ja nicht ganz so schlimm dann haben wir es auch gleich wenigstens hier ein bisschen verziert zack zack heute ist aber echt der wohnen leute hier lassen wir auch zwei stufen so dann zack 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 So, Leute, ich bin ein bisschen still beim Bauen, dass ich mich ein bisschen mehr konzentriere. Ich hoffe, ihr versteht das. So, jetzt zählt das Stück hier noch. Zack, zack. Zack. Jetzt haben wir das eine hier schon mal. Hier machen wir das anders. Hier machen wir das anders. Ich glaube, wenn ich die oben heran setze, dann passt das. So, und zack. Sehr schön. Dann machen wir das schon mal. Das sieht doch gut aus. Tata-tata. So. Das gleiche probieren wir noch mal auf der anderen Seite. Zack. Machen wir erst mal diese Höhe. Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Aber hier können wir sowieso nicht so weit. Aber wir machen erst mal bis hier. Jetzt habe ich sowieso nichts mehr. So, jetzt haben wir dann, das haben wir schon mal. Da haben wir das. Wir können mal. Tata-tata. Wir können auch schnell hier die Stufen schon mal verbauen. Dann haben wir das auch schon erledigt. So, hier fängt es an. So, zack, zack. So, zack, 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 zack. Nein. Da haben wir falsch. Das machen wir noch mal weg. Sehr schön. Hier können wir auch gleich. Und hier hoch. Boah, hier ist schon alles voller Schnee. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Wir können wieder runter. So. Dann gehen wir noch mal zurück. Das ist schön hier. Ja, unser Wehrgang. Leute können, äh, keine so. Wir werden das hier noch alles irgendwann auch aus Stein machen. Ich bin überlegen, ob wir den gleichen Stein lassen oder einfach ein anderer nehmen. Das mache ich mal symmetrisch. Wow. Oh, okay. Zack. So, dann können wir hier auch runter. Da wollen wir mal gucken. Ja, so langsam nimmt unser Bollwerk Form an. Aber Leute, ich habe gerade auf Stoppe geguckt. Wir sind schon am Ende der Folge schon sogar drei Minuten drüber. Ist aber nicht schlimm. Wir haben sehr viel zu tun. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und schaltet nächste Woche wieder ein. Oder diese Woche. Das müsste, doch diese Woche müsste noch eine Folge kommen. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Und danke, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss.